Damit hätten wir ihn. Oh, hoch. Hoch. Oh, Richter, hoch. Hoch heißt nicht runterfallen. Gut, ihn hätten wir auch. Oh, lauf. Los, Richter, los. Kackspiel. Kackspiel. Warum ist das so schwer? Warum? Warum? Ausnahme bestätigen die Regeln für schwere Spiele. Stirb. Jetzt aber schnell hier. Da kommt sie schon. Und es war klar, dass ich reinspringe. Lalalalalala. Ich muss noch kurz ein paar Störgeräusche wieder ausblenden. So, sehr schön. Sehr schön. Damit haben wir wieder eine normale Lautstärke. Weil ich habe ja so einen beschränkten Nachbarn. Der meint ja dann immer ein bisschen Krach zu machen, wenn ich gerade aufnehme. Weil der kann das nicht abhaben. Was ich nicht verstehen kann. Denn es ist doch entspannt, anderen Leuten dabei zuzuhören. Wie sie ausrasten. Durch verschiedene Spiele. So wie ich gerade. Weil es mich einfach nur anpisst. Blablablablabla. So. Jetzt aber. Saven. Stirb. Ist mir egal, was du jetzt machst, Spiel. Aber nach jeder schweren Passage werde ich jetzt einmal saven. Du wirst mir keine Probleme machen. Du mir eher. Komme ich an dich dran? Nein, natürlich nicht. Immer noch nicht. Hallo? Und jetzt hängst du da auch noch fest? Ist nicht dein Ernst? Und da ist sie auch schon. Oh. Huhuhuhu. Hä? Plattformen. Jo. Hallo. Jetzt geht's los. Also jetzt meint das Spiel wirklich einen auf Arschlochen zu machen. Müssen. Zu müssen. Ich habe das Müssen vergessen. Du bist eher weniger mein Problem. Der andere wird gar nicht erst gespawnt. Doch. So. Sehr schön, Rick da. Speichern. Weil jetzt geht's hier richtig um die Sahne schnitten. Vorsichtig. Ah. Nice. Hier können wir nochmal hochsteigen. Ich glaube auch nicht, dass hier jetzt irgendwelche Pulte kommen. Doch. Ab jetzt. Das heißt. Saving. So. Hier haben wir wieder unsere Ruhe. Ah. Upgrade Nummer 2. Da kam es. Und ja. Es tut mir echt leid wegen den Save-States jetzt, dass ich sie so häufig setze. Aber das Spiel wird für mich sonst wirklich unschaffbar. Oder ich würde es erst in Part 20 durchhaben. Aber das wird eh 20, 30 Parts haben das Spiel. So ist es nicht. Hä? Hier ist doch nicht der Ausgang. Angst. Was kommt mir denn da jetzt entgegen? Boah. Ja. Danke. Du Spiel kriegst mich nicht. Boah. Okay. Wir scheinen nun in B3 zu sein. Es sieht eher aus, als seien wir kurz vor... Okay. Ein Save-State hier vor, vor dem Bossgegner. Wer erwartet uns? Ach, der Mann. Den können wir nur einmal treffen. Dann kommt der... Aua. Gut. Für ihn muss ich mir jetzt eine Taktik legen lassen. Eigentlich hätte ich jetzt gar nicht den Save-Set setzen müssen, nutzen müssen, meine ich. Ja. So, also. Draufhauen. Ah. Runter. Runter. Hey, ich springe immer in ihn rein. So. Tod. Ach, was mache ich denn da? Brauche ich doch gar nicht. So, schön, dass du mich triffst. Der wird schwer. Der wird richtig schwer jetzt. So. 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 Ja. Ich bin schon fast down. Ich bin gleich down. Noch ein Hit von ihm. Tod. Nein, wer hätte das gedacht. Tja, das ist jetzt hier wirklich... Jetzt wird es wirklich hammerhart für mich. Ich weiß nicht, wie Shepard den geschafft hat. Ah, dieser Kack. So ein Hund. Ja, ist eigentlich schon wieder erledigt. Sobald der mit seinem Schwer... Sein... Es ist nicht wahr. Ich kriege gleich einen Anfall wegen dem Telefon. Bis gleich, Leute. So. Ich hoffe, Raps nimmt jetzt auf. Es pisst mich an. Es pisst mich richtig an gerade. Stirb einfach nur. Ich sagte, stirb. Stirb heißt nicht mich töten. Zack. Stirb. So. So, so. 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 Sobald er runterkommt, gehe ich in Deckung. Das ist jetzt... Boah, was? Ah, jetzt kommt er mit seinem Schnabel hier. Ja, aber... Das schützt mich wenig. Kackding. Kackding. Stirb einfach nur. So. Aber... Wenigstens schon mal die Hälfte kann ich ihn abziehen, ohne dass er mich trifft. So. Ah. Ah, das war knapp. Und er hat mich getroffen. Drecksack. So, komm hier. Geh. Lass deine Rüstung kaputt machen von mir. Selbst dann muss ich immer noch ein bisschen warten. Bis ich ihn wirklich angreifen kann. So. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Ey, das ist nicht wahr. Ich hab ihn fast. Ich hatte ihn doch fast. Mann. Kacke. Einfach nur ein totaler Oberabfuck. Du bist meine härteste, härteste Herausforderung hier gerade, mein Freund. Aber... Ich lass mich von dir nicht unterkriegen. So. Bin ich hier geschützt vor ihm? Nein, natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Oh, leck mich. Nix da. Hallo. Ich sagte, nein. Bitte. Bitte. Oh, Gott. Geschafft. Meine Fresse. Oh. Jetzt sag mir nicht, da kommt noch mehr. Oh, da kommt jetzt hier der Aufstieg nach Good Old Dracula. Mal schauen, was passiert. Aha. Wir kriegen hoffenweise Fleisch. Wir sind immer noch in B3. Ich glaube, hier kommt direkt der nächste Bossgegner. Kommt ihn jetzt? Ist das jetzt? Ja, jetzt kommt er hier. In Symphony of Nights hat man die beiden netterweise als einen Bossgegner. Der eine tricht den anderen. Also er tricht jetzt hier den Sperrträger. Er sollte jetzt hoffentlich mal nicht so das Problem werden, wenn man ihn mal trifft. Das stellt sich schon hier als Problem dar, gerade. So. Obwohl, er ist wirklich nicht so schwer jetzt, wie der Sperrtypi. Jo. Ist okay. Boah. Die erste Form ist gepackt. Jetzt wird er härter. Jetzt macht er nämlich den hier. Fliegt noch etwas kurioser als vorher. Boah. So. Boah. Jetzt wird er noch schneller, oder wie? Boah. Boah. Aber auch ihn haben wir jetzt gleich down. Und er geht down. Bitte gebt mir die Perle jetzt. Nein, es geht weiter. Wo geht's denn jetzt hin? Jetzt sagt mir nicht gleich nochmal ein dritter Boss. Ja doch, natürlich. Na, ganz großes Kopf, Kino, jetzt. Hier. Safe State. Was war jetzt? Wer kommt denn jetzt? Ja, der Tod. Natürlich. Er persönlich. Sagt mal Hallo jetzt. Mit seinen Supersensen. Boah. Fleck mich. Was passiert, wenn ich jetzt bei ihm gestorben bin? Wo komme ich raus? Oh, ich komme hier raus. Gut. Dann lasse ich das jetzt mal hier so. Zack. Safe State. Ich hoffe mal, das entpuppt sich jetzt nicht als Fehler. Und ich bekomme hier kein zweites Paischen-Upgrade. Ja doch, kriege ich. Gut. Ha. Ich versuche nochmal zwei gegen den Tod. Persönlich. So. So, bis hierhin. Oh, boah. Der zieht ja echt abstruse Energie ab. Ja, das war Fail. Hey, wie soll ich denn jetzt den Tod besiegen? Die anderen beiden waren ja noch easy going, aber... Ist der Tod? Hallo? Ich habe einfach mal gehofft, dass der hier in dem Teil mal nicht drin vorkommt. Ja. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht mal, wie viel Platz meine Specherkarte noch hat. Ey, ich werde 400 Mal getroffen, bevor ich ihn einmal treffe. Zum Glück verliert er direkt bei einem Treffer Leben. So. Boah. Fick dich tot. Ganz tief. Ganz tief. Stirb, stirb. 4 haben wir ihn. 4 haben wir ihn schon abgezogen. 5. 6. Nein, es waren doch nur 5. 6. 7. 8. 8. Wir haben 9. 12 verloren. Noch 2 leben. Jetzt werde ich wirklich wagemutig, das zu machen. Nein, und ich habe mich zweimal verdrückt in ein ganz großes Kopfkino. Kotze. Pisse. Scheiße. Alles kacke gerade. Mahn. Behinderter Lutscher. Komm her. Jetzt kriegst du wirklich dick auf die Fresse von mir. Mir reicht's. Kacktod. Man muss nicht denken, nur weil du der Tod persönlich bist, dass du hier der Obermarker von ganz Castlevania bist. Der ist nämlich hier Dracula persönlich, mein Freund. Damit hast du nichts am Hut. Lauf, lauf. Ah. Na gut. Jetzt kann ich dich besiehen. Ich muss mich nur ranhalten.